Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu einem Stax Set und zwar dem Hybrid Stax 30802 Zementmixer. Und zwar habe ich dieses Set neu gekauft, sieht man der Verpackung jetzt ehrlich gesagt nicht an. Ich habe es neu und original verpackt bei einem Klemmbausteinhändler gekauft, der auch relativ bekannt ist und habe es so bekommen. Weil es einfach komplett mistig verpackt wurde und deshalb den Versand nicht überlebt hat. Da bin ich auf jeden Fall schon ein bisschen erbost drüber, werde mich auch bei dem Klemmbausteinhändler beschweren. Nenne ich aber nicht den Namen, bevor ich nicht irgendwie mit den Leuten geredet habe. Aber man muss ganz ehrlich sagen, so wie es verpackt war, ist es logisch, dass es auch genau so angekommen ist. Es war gar nicht anders möglich. Aber gut, kommen wir mal zu dem Set an sich. Ich habe ja von Stax schon mal ein Set hier vorgestellt und zwar war das der Rennwagen. Und da war ich ja leider sehr enttäuscht, weil dieser Rennwagen von Stax im Endeffekt auch neu nicht funktioniert hatte, weil da ein Problem mit der Batteriebox war. So, jetzt habe ich mich da auch beschwert. Der Support hat mir leider nicht weitergeholfen. Hat auch nicht den besten Ruf, so wie ich das empfunden habe. Ich habe denen das alles erklärt, habe gefragt, ob ich nochmal das Teil bekommen kann. Der Support hat mir überhaupt nicht weitergeholfen. Also die haben mich da komplett zwergestellt. Und da war ich auf jeden Fall auch nicht der größte Freund von. Habe deshalb auch ein bisschen gewartet, bis ich mich ans nächste Stax-Set herangetraut habe. Und deshalb ist es auch erstmal ein kleineres Stax-Set, weil ich einfach so enttäuscht war und jetzt erstmal schauen will, ob ich wieder einen Zugang zu Stax finde. Dieser Zementmischer hier besteht aus 82 normalen Steinen und 6 Stax-Steinen. Ist eben aus dieser Baustellenreihe von Stax. Hat Sound, Licht und eben dieses Power-Modul dabei. Das ist auch schon aus der Packung rausgefallen, das Power-Modul, weil, wie gesagt, die Packung kam völlig zerstört an. Dementsprechend kann ich es euch schon mal zeigen. So, wenn wir uns das hier anschauen, haben wir hier auf der Verpackung nochmal Stax stehen, die Set-Nummer, das Compatible Bricks sind. Dann ist es eine Motion-Activated Base. Das bedeutet, dass dieses Set das Licht und den Sound nur bei Bewegung aktiviert. Auf der anderen Seite haben wir hier CE-Kennzeichen und alle möglichen wichtigen und auch nicht wichtigen Sachen. Hier haben wir diese Try-Me-Box, wo eben auch der Stack hier rausgefallen ist. Und oben haben wir nur nochmal das Stax-Logo. Auf der Rückseite sehen wir dann nochmal das Gesamt-Set, haben nochmal hier die Stax drauf, die es eben gibt. Und dann haben wir eben zweimal linke Lichter für ein Fahrzeug, zweimal rechte Lichter für ein Fahrzeug, den Sound-Stax und eben die Battery-Base, die wir hier eben schon gezeigt haben. Und dann ist das eben hier eine ganze Reihe, wo es auch noch Polizeifahrzeuge, Rettungswagen, Farm-Truck, was auch immer, Abschlepp-Truck und so weiter und so fort gibt. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn uns dieses kleine Set hier gefällt. Weil die halten sich preislich auch in einem ordentlichen Rahmen auf, also wir reden da über 10 Euro bis 12 Euro. Ist natürlich jetzt nicht super billig für 82 Teile, aber es sind eben die Light-Stacks-Teile dabei. Und gerade die Batterie-Boxen, davon kann man nicht genug haben. Ich würde sagen, ich mache jetzt auf jeden Fall den Karton auf, dann schauen wir uns nochmal kurz die Steine an und dann baue ich das Ganze und dann reden wir nochmal über das fertige Set. Und wie ihr seht, haben wir hier eine überschaubare Anteil an Teilen. Und ja, ist ja logisch, wenn es nur um die 80 Teile sind, sind jetzt auch relativ kleine Teile, außer jetzt von dem Zementmischer hinten. Ja, mal schauen, wie die sich verbauen lassen. Dann haben wir hier einen kleinen Stickerbogen. Gut, bei so einem kleinen Set Stickerbogen ist schon verdrehtbar. Und dann haben wir hier eben die Battery-Base. Das ist dieses schwarze Teil. Hier den Sound-Stack und hier die zwei rechten und die zwei linken Light-Stacks, die wir uns aber dann im fertigen Set anschauen. Dann haben wir einmal hier zu der 4x4 Motion Activated Powerbase eine Anleitung. Werde ich euch jetzt im Video nicht unbedingt zeigen. Könnt ihr euch selber durchlesen, falls ihr so ein Set kauft. Und dann haben wir hier nochmal die Stacks-Anleitung für das Set. Ich muss sagen, die ist relativ dünn, also die ist wirklich saudünn. Ist auch kein hochwertiges Papier, also das ist wirklich so Bubble-Papier. Ist zwar klammergebunden, aber ja, gut, macht nicht den hochwertigsten Eindruck, ganz ehrlich. Also das ist ein Werbungsprospekt von irgendeinem Supermarkt hochwertiger gestaltet. Insgesamt hat die Anleitung 11 Seiten und 16 Bauschritte. Der 15. Bauschritt ist im Endeffekt nur, dass man die Sticker aufklebt. Also kann man das jetzt nicht unbedingt als Bauschritt zählen. Hier haben wir nochmal eine Übersicht von den Regular-Blicks und eben den Stacks und den Stickern. Das macht Light-Stacks ja immer sehr gerne, dass sie eben hier diese Auflistung vorne ganz genau führen. Bin ich auch ein Fan davon, muss ich sagen. Und dann haben wir eben hier die Bauschritte und die Anleitung. Und wir sehen, es wird nicht komplett ausgegraut, was schon gebaut ist, sondern es wird nur ein bisschen entsättig dargestellt. Und das, was gebaut ist, ist eben voll in Farbe dargestellt. Ich würde sagen, ich baue jetzt auf jeden Fall los und wir sehen uns dann mit dem fertigen Set. Und fertig ist er, der Hybrid-Stacks Mixer-Truck. Und vorweg, ja, es ist kein Mega-Set. Aber es ist mal ein netter Stacks-Einstieg, um einfach mal zu sehen, ob einem das Konzept, so wie es ist, gefällt. Und dementsprechend möchte ich es hier gerne auch mal vorstellen. Natürlich ist und bleibt es trotzdem nur ein 80-Teile-Set. Für die Teileanzahl ist es aber ein wirklich passables Set. Es ist eigentlich ein relativ schnuckliches Aussehen. Wie gesagt, es sind 80 Teile, das Ding ist winzig. Aber dafür haben die trotzdem was Ordentliches draus gemacht. Natürlich ist bei einem Spielset in dieser Größe mit nur 80 Steinen und bei dem Preis natürlich auch klar, dass hier alles mit Stickern gelöst ist. Es sind im Endeffekt drei Sticker gewesen. Also einmal hier hinten das Kennzeichen. Hier vorne eben dieses Symbol mit dem Zementmixer. Und hier oben dieses Zementmixer auf der Trommel. Wenn wir jetzt über Funktionen reden, reden wir erstmal ohne die Stack-Funktion. Und naja, da sind wir relativ schnell fertig natürlich. Er kann einmal fahren. Das ist aber kein super gutes Gefühl, weil die Reifen sind aus Hartplaste und sind vor allen Dingen auch sehr wackelig hier dran. Also man sieht, da ist ein recht großes Spiel drin. Also das ist jetzt nicht die Hammer-Funktion. Es fährt, es rollt auch, da schleift jetzt nichts. Aber es ist natürlich nicht der Wahnsinn bei so einem kleinen Set. Und man kann hier die Türen öffnen. Das ist ja schon mal völlig in Ordnung. Dann kann man noch die Zementtrommel hier hinten hoch und runter klappen. Das ist sehr eingeschränkt möglich vom Radius. Und man kann die Trommel auch nicht drehen. Wie gesagt, wir reden hier über ein winziges Set. Da kann man nicht allzu viel erwarten. Das Wichtige an dem Set, wenn man einen Einstieg in die Stacks haben will, sind ja sowieso die Stacks-Funktionen. Und die Stacks-Funktionen aktiviert man mit dem Knopf hier unten. Wenn man jetzt hier nämlich mal zwei Sekunden drückt, dann leuchten hier eben die Lampen zweimal auf und dieses Piep-Piep-Signal kommt. Das ist das Zeichen dafür, dass jetzt die Bewegungsfunktion von dem Set aktiviert ist. Vorab, man kann es nur durch Bewegung und Erschütterung steuern. Das ist relativ schade, weil ich fände es hier auf jeden Fall besser, wenn es per Knopfdruck geregelt ist. Aber da zeige ich euch noch, warum. Wir haben eben einmal hier vorne die Lichter, die da mit blinken. Und auch hinten blinken die Lichter mit. Und natürlich haben wir den Sound. Was ich sehr schade finde, ist von den LEDs her, dass es hier durch den Stein um einiges mehr durchscheint, als vorne durch das eigentliche Clear-Teil. Und das ist hinten genauso. Also es scheint hier wirklich durch den Stein viel mehr als durch das Clear-Teil. Dann haben wir auch hier leider nur diesen Rangiersound vom Rückwärtsfahren. Das ist eben dieses Piepen mit den Warnlichtern. Was dann aber halt nicht passt, weil was ist, wenn man vorwärts fährt? Dazu passt es nicht, wenn man hier vorwärts unterwegs ist. Nur wirklich, wenn man rückwärts rangiert. Dann wäre es natürlich gut, wenn man das so einstellen könnte, dass man eben durch Knopfdruck entweder den Sound ändern kann zwischen eben diesem Rangiersound und Piepen nach hinten und dem nach vorne Fahrsound. Und das haben wir hier aber nicht. Und das ist wirklich schade, weil das macht das Set für mich dann auch beim Spielen her recht nervig. Auch geht der Sound nicht flüssig über, weil der wird ja durch diese Bewegung die ganze Zeit getriggert. Der Sound wird abgespielt. Und obwohl man sich da weiter bewegt, geht er erstmal aus kurz und geht wieder neu los. Dadurch ist der Sound nicht flüssig. Dann steht eben immer so eine Lücke drin. Und natürlich ist der Bewegungs- und Erschütterungssensor wirklich eigentlich ganz cool. Aber man muss sagen, er springt sehr, sehr schnell an. Also man kann da vorbeilaufen und der Sensor springt an. Man muss sagen, das Set hat seine Fehler, da haben wir drüber gesprochen. Es ist kein riesiges Vorzeigeset. Man kann damit seinen Spaß haben, aber es ist ein sehr, sehr kurzweiliger Zeitvertreib. Wenn ihr Stacks kennenlernen wollt, dann probiert gern so ein Set aus. Trotzdem würde ich euch empfehlen, gebt ein bisschen mehr Geld aus und geht vielleicht in ein 300-Teile-Set von Stacks. Weil hier werdet ihr nicht sehr viel von den Stacks kennenlernen. Das Riesenerlebnis werdet ihr hier nicht haben. Trotzdem, wie gesagt, wer auf diese kleinen Sets steht, vielleicht auch für den kleinen Geldbeutel, der kann sich gerne so ein Set kaufen und damit werdet ihr trotzdem auch Spaß haben können. Und dementsprechend gebe ich euch in dem Fall auch eine Kaufempfehlung raus. Es ist kein totaler Reihenfall, aber es ist eben auch keine Macht. Wenn ihr dieses Set selber besitzt oder eins aus dieser Reihe hier noch, dann könnt ihr auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich werde natürlich keins mehr davon vorstellen. Das wäre sinnlos, hier fünf von diesen kleinen Sets zu zeigen. Eins wollte ich mal davon zeigen, dass ihr eine Vorstellung habt, was ihr bekommt, wenn ihr das hier kauft. Und ihr könnt, wie gesagt, gerne eure Meinung dazu schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Und ihr könnt natürlich ein Like und ein Abo dalassen, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, obwohl es nur so ein kleines Set war. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Vedibrick. Dankeschön. Vielen Dank.